hey freunde willkommen zur 41 folge von let's play pikmin 2 ja in der letzten folge sind wir angelangt in der chaos und ja sind jetzt schon in sammeln und da will ich erst mal nicht lang aber ist das besser frage ich mich okay ich sollte erst mal daran gehen aber da ist auch so ein anderer okay aber ich komme schon hier schützt okay vorsicht der andere kommt das war mal was zu essen keine ahnung wo läufst du denn hin so ihn kann man doch bestimmt auf die herlocken ja wahrscheinlich kann ich durch die wand schleusen was wir schleusen ich glaube ich gehe erst da vorsicht also das ist doch jetzt wirklich nicht wahr hör auf weg zu laufen nein das ist doch wirklich wahr jetzt verkrieche ich das nicht genau da wo die leiche liegt ich glaube er ist irgendwie noch schlimmer als der andere mit dem stachel sondern dritt ist auch noch irgendwas das ist doch einer das ist endlich und mittlerweile transportier schon die ganzen gegner schon gar nicht mehr ab Komm mit! Kann ich irgendeinen hierher noch? Okay. Toll. Toll! Die Weißen sehe ich gar nicht! Wie soll man das schaffen? Nee! Das ist Betrug! Wie kann der durch die Wand da? Schaut euch das genau an! Drei Stück gleichzeitig. Guck mal! Die sind alle wieder grün! ich sehe dass das ist aber nicht wahr das spiel an sich ist toll aber diese geht nicht wirklich sein müssen weil es gibt noch das tier das ist irgendwie einfacher zu besiegen danke wo sind die anderen pikmen schnell 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 rechtzeitig so war das der einzige schatz ich hab da noch was gesehen das war es ja dort der post der ausgang ist ich will einfach nur noch dass das jetzt vorbei ist dann start mal pik mit drei ich bin so froh wenn wir die pikmen reihe durch haben aus faverne der duschraum lange nicht mehr gesehen duschen muss ich halt noch ja wahrscheinlich 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 das sei kaputt Das Hut bleibt erstmal noch schön da drin. Verdammt! Das ist doch nicht wahr! Ist es ein Sveik? Okay, ey, Großteil. Ihr kommt mit. Na, oh. Das ist doch wirklich nicht so schwer, euch aufzuteilen. Da ist plötzlich eine Warte vor, ne? Alles klar, alles klar. Wie? Wie? Das wohl kommt. Es kommt. Es kommt. Äh, die haben's wohl. Wie viele Räume sind das denn hier? Warum sind das denn überhaupt so viele? Wo ist die Mutter von den ganzen Viechern? Nein, nein, wenn ich, wenn ich das jetzt schon sage, wer hier taucht als Boss nochmal, führst den Knollenaube auf. Äh, wo kommt das Vieh plötzlich her? Ja, das ist Betrug. Das ist Betrug fünften Grades. Nee, jetzt hat er mich gesehen. Toll. Äh, ach so, das sind zwei hier. Nein. 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 Ich glaube, ich schaue mich hier erst mal um. Okay, er hat schon mal kein Teil. Okay, also hier muss ich schon mal nicht rein. Hier ist auch nix. Er hat auch kein Teil. Aber wo muss ich denn hin? Da ist noch so ein Raum. Okay, da ist eine Dose. Die Dose ist aber auch das Einzige, was es hier gibt. Okay, aber das heißt, eigentlich muss ich nur, kommt doch direkt zum Spawn gelaufen, ja. Aber das ist gut, das ist gut. Jetzt kommt er! Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Verlaupt, er geht ja noch hier jetzt nicht. Er geht ja noch hier jetzt nicht. Okay. erster erster so den anderen kannst du irgendwie raus locken die weißen in meiner mitte wo ist er hinten jetzt ist er da hinten drin so kommen sie mal her Verdammt, er kommt! Hä, was? Er kommt doch nicht. Komm raus! Schön hier geblieben! Oh, er kommt, er kommt, er kommt! Komm her! Jetzt, 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 jetzt! Komm! kommt schnell alle zusammen und aufsteht so jetzt bin ich wieder etwas gleich mit allem anderen jetzt besiegen wir diese ganzen pinguine sind schon alle tot das ist ein bisschen lustig das ist müde geht hier schon ok ich glaube das mit den neuen subleveln können wir vergessen ich glaube es gibt doch eher 10 weil ich glaube hier nach kommt jetzt wieder so aufputschleppel und danach kommt dann der boss also sprich in der nächsten folge werden wir das ding ja abschließend hoffe ich doch mal wenn es nicht elf level gibt aber selbst mit elf level müssen wir das gekriegen ich dachte gerade ich hätte noch so ein komisches nun gehört so seid ihr auch alle wieder da das denn jetzt das reicht die ganzen fischer im traurig auch nicht so recht so darf ich das jetzt endlich einer einer ich nehme neun mit wenn ihr jetzt noch da unten lang geht da rein ja ja fein geht doch was ist das für musik ich 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 dachte gerade er geliebt so ok da hat das nichts erlebt das steht ja so was hätte ich auch gerne ich weiß nicht was da drin ist auch muscheln das war's freundin der nächsten in der nächsten folge werden wir dann den post besiegen hoffe ich doch mal und schauen was uns in 2 9 erwartet ich hoffe dass da der post drin ist aber irgendwie hoffe ich das dann auch nicht bis längst mal bis dahin und schau